In den USA regiert einer, der sagt, America first, alle anderen sind mir egal. Hier in Bayern regieren Typen, die sagen Bayern zuerst, der Rest ist mir egal. Doch beides, sage ich euch, ist eine Lüge. Es geht denen nicht mehr um das Land. Es geht denen nur noch um die eigene Macht und das eigene Ego. Und beim Kampf um den Machthalt ist denen jedes Mittel recht. Und ich sage euch eins, das lassen wir nicht zu, liebe Genossinnen und Genossen.